Ja Leute, was geht ab und willkommen zu dem neuen Video auf meinem Kanal. Hallo, ich spiele mit dem GOMA HB BADWARF, der hier sehr schon hier freudig herumhüpft. So. Ah, die Map habe ich schon Ewigkeit nicht mehr gespielt, aber hier, in dieser Map bin ich eigentlich richtig gut. Ob das jetzt noch so ist, weiß ich nicht. Können wir ja mal prüfen. Hier ist, oh ja, hier ist auch noch der Bronzesporner, wie in den guten alten Zeiten. So, hier holen wir uns auch noch mal Bronzes und dann geht es hier mit dem Sonderexpress in die Mitte. Come Force Bridge, nice. Da kann man hier das, die neue Art of Force Bridge, das nennt man Force Bridge, ja. Da wisst ihr Bescheid, Leute, das mache ich aber lieber nicht so klein wie der im Himmel. Das wollen wir ja alles nicht. Von daher gehen hier ganz leicht in die Betrug. Ja, ja, ja. Mein Gold, mein Gold, mein Gold. Das, 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 das. Mein Gold, mein Gold. Kein Gold. Kein Gold, mein Gold, mein Gold. Als ob ihr es nicht mitbekommen habt, dass ich in der Mitte war. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ah, ah, ah. tschüss warum hat der kein knockback bekommen warte fack hier schon wieder diese no knockback leute oh nein verpiss dich dein scheiß ernst kommst du nicht vorbei jetzt genau auf euch ja er geht wieder aber noch ich würde hier aber noch ein speck anbieten dann ist doch nicht war ja nur so ein vorschlag ach hier ist das gold das gute alte gold dann hol ich hier mir mein gold hier ich hab auch ein neues cape gemacht bekommen von ach so ja hier ist fünf von dem mob von dem mob genau von dem mod vom weiß hof der grieße ich kann euch hier mal die ip zum bezug der grieße in die beschreibung packen die direkte server vorstellung mache ich nur so wenn ihr wenn es euch auch sagen so naja wenn euch das spaß macht wenn ich das server vorstelle wenn euch das spaß macht dann kann ich das auch bringen aber wenn jeder sagt nie spiel mal lieber so mini games und so dann mache ich das mit weiter hier nichts hier hochladen was niemand sehen will weil das ist das dümmste was man tun kann 0 aufrufe tolles video das auch ich nicht ich höre schon hirngespinste oder okay das war komisch ich brauche noch ein eisen aber nur eins doch nicht drei immer verstehen die eisen spawner da fahrt ne 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 du tust ihm nicht dem nicht gut gemacht bist du das gold hier willst du nicht dann geschützt ich sag doch vor den gegnern so das kommt mit mir so was da das blau das ist gut die wollten bei uns einen drehen dann drehen wir jetzt bei denen auch so mein kommandant nein verpiss dich gut gemacht wir müssen los 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 auf drauf 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 oh scheiße ich hab so wenig ganz schön wenig effekt braun bossband denn nur der geht so schön entspannt shoppen ja hat dich aufgeschobbt mal lieber mir fehlt einer mir fehlen zwei sogar versteckt dich da und zwei beim gold holt aha ich krieg dich nein hau ab hau ab oh shit oh shit der eine wird jetzt einkaufen nein 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 das tust du nicht mein freundchen solange ich hier noch bin tut hier niemand einkaufen dann kann ich was kann ach ach wir sind ich mir noch dazu das zweite holen und dann ist auch schon für den notfall wo ich mir hier noch dieses wort oder das braucht niemand das vertraute ich hier bin da ja wenn dann wenn die ok so blau ist weg ach so ich habe alle gekümmt ok ich habe ja vier gekümmt habe schon wieder kurzheitsgedächtnis so dann würde ich sagen die ich zu rot als nur noch drei jackpot zu gelb ist das das rot da muss hin da muss hier ich komme ich komme mit da ruft sich jemand der scheiße riskant hier wo schießt er hätte schief doch von unten ach so und da schießt er ich bin sowieso da und nicht mehr toll eingestellt darf man mir nicht mit den sachen ist dreckst du modus noch hier liegt man block oben kann man ja mal sein bett zu bauen so jetzt kommt hier niemand mehr durch hoffentlich ist um gold damit ich hier wieder groß werden kann hat mich da gerade einer mit blauer und stung abgeschossen ich sehe schon hirn gespenst hat stopp hier kommen wir nicht durch hä? wer ist da? lol back oh shit ich brauche ein eisen ja ich brauche 3 eisen das kam schon so gut okay die waren es frei dann wies gleich hoch checken ob da zwei gold gespawnt ist was ich glaube Ich glaube, dass da gespawnt ist. Ob da schon wieder jemand in die Nummerke ist? Nein, nee. Ich bin das erste Augen. Ich krieg das Gold. Ach, so gehst du gar nicht nach oben. Von daher kann ich ja erstmal meinen Pilzanzug überziehen. Nee, anziehen, überziehen? Hä? Nee, anziehen, überziehen ist dasselbe. Deutsche Sprache, schwere Sprachen, wie man so schön sagt. So, komm, ein Gold. Grün kommt, scheiße, ich gehe auf grün. Okay, wenn du tot bist, dann bin ich enttäuscht. So, hier Gold. Hä? Alles klar, Rot besteht dann. Das dachte ich mir gerade. Wenn es die sind, sind es Anfänger. Anfänger, keine Noobs. Das ist Beleidigung, nämlich. So. Hä? Ich hab doch gerade die Tool geöffnet. Warum kommt dann der Shop? Komisch hier auf den Servern. Spiel da ein nächstes Mal im Einzelmodus. Weltwurst. Da funktioniert wenigstens alles. Da kann man sowas cheaten. Das ist viel besser als auf den Multiplayer-Servern. Ach nee, ich will schon meine eigenen Leute erst schießen. Das ist rot, glaube ich. Hä, lol? Man sieht den Spectator. Der war blau. Hä? Ach so. Halt, komm, ich helf dir. Hä, wo geht's denn hier hoch? Ach, hier. Na, warte. Ihr Ballsperr mal. Oh, shit. Alter, ich hatte gerade zwei FPS. What the fuck? Geh zurück. Du darfst nicht. Mein Kameraden, Ballsperr. So. Zurück. Da lang, da lang, da lang, da lang. Nein! Tja, ich bin doch für die... Gut. What the fuck? Geh da weg. Euer Bett ist meins. Scheiße. Okay. Hier bin ich schon mal safe. Nice. Okay, meine Kameraden, komm. Die packen wir. Der will sich schon mal selbst. Wann ich den Paulie auch mal tun? Nein! Okay, einer hat schon die Hoffnung aufgegeben, dass sie es nicht mehr schaffen. Gut so. Das freut sich. Freut mich. Nein! Nein! Als ob er mich getroffen hat. So muss ich mich beeilen. Wie das kann es, wenn dabei ist. Sie sind alle ohne mich losgegangen. Ich brauche wieder einen Bogen. Ohne Bogen habe ich da keine Chance, dran zu kommen. Ich brauche ein Gold, ein Gold, ein Gold, ein Gold, ein Gold. Und wir können ja hier mit erleben. Das Special, ein Gold, ein Gold, ein Gold. Und auf dem Weg ist ein Cowboy. Wenn er dort eintritt, dann explodiert die ganze Bude und die Runde Crest. Okay, das war ein bisschen übertrieben, aber es spricht ein bisschen der Wirklichkeit. Oder etwa nicht? Ich glaube schon. Es entspricht 100 pro der Wirklichkeit. Wer mir sagt, das Fick, dann geht's aufs Maul. Äh, dann streichle ich ihn. Drei Eisen. Dann hol sie dir doch, drei Eisen. Ich bin halt diese faunen Leute auf der Couch und denke ich, hm, holen wir mal einen Snickers oder einen Burger. Ist da gerade jemand bei uns rumgelaufen? Ist mir egal, ich geh shoppen. Wenn ich shoppen geh, dann passe ich mich auf, dann ist mir egal, ob mein Bett abgebaut wird. Nichts. Scheiß. Es ist mir scheißegal, was auch passiert. Ja, nein, nein, nein. So. Schon wieder hier Spekterei. Nein. Du kommst da nicht vorbei. Wenn ich ihn jetzt treffe. Oh, nein. Ich habe die Hoffnung aufgegeben, ich komme lieber von vorne. Okay, wir rücken voran, wir rücken voran. Los, 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 los. Äh, nein, nicht hier gegen die Wand. Also, Teddy, ja, es geht doch nicht. Und, hopp. Okay, wir stürmen. Wir stürmen die Base. Base stürmen, 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 stürmen. Los, stürmen die Base. Okay, los geht's. Stürmen, 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 stürmen. Dass da auch nie keineswegs jemanden abhaut. Okay, ich gehe die andere Treppe. Wir müssen von beiden absichern. Und wir haben gewonnen. GG. Und dann würde ich sagen, was das für diese Folge ist zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ciao.